Was geht ab Leute, es ist wieder Zeit für ein Quick-Tap-Mittwoch-Video und ja, heute ist nicht Mittwoch, sondern Donnerstag. Das liegt einfach daran, dass es gestern ein paar kleine technische Problemchen gab, die jetzt aber alle schon behoben sind und es jetzt wieder ganz normal, wie gewohnt, weitergehen kann. Ich zeige euch heute, wie ihr in Lightroom eigene Filter, nenne ich das Ganze jetzt mal, erstellen könnt und diese dann auch für zukünftige Fotos abspeichern könnt. Los geht's! Für wen ist das Ganze nützlich? Einmal natürlich für Leute, die viele Fotos während eines Shootings machen, also sprich Hochzeitsfotografen, Leute, die Familien, Pärchenfotografien und so weiter und so fort. Und ihr viele Fotos habt, die sehr, sehr ähnlich sind. Warum soll man jetzt jedes einzelne Foto bearbeiten, wenn man einfach nur ein Foto bearbeiten kann und dann, also bearbeiten, ich rede jetzt von Kontrast, Belichtung, Farben und so weiter und so fort. Und diesen Filter dann einfach über alle anderen Fotos rüberlegen kann, dann ist man so gut wie fertig. Vielleicht dann noch ein paar Retusche arbeiten oder was in Photoshop, aber in Lightroom mit der Vorarbeit seid ihr komplett fertig und ihr spart euch extrem viel Zeit. Und zum anderen natürlich auch für Leute, die einfach nur, nur die fotografieren, aber jetzt nicht Hochzeiten oder sowas, also nicht sehr viele Fotos haben, die ähnlich sind, für die würde ich das auch empfehlen. Warum? Weil, wenn ihr jetzt eure eigenen Presets erstellt habt, ihr könnt euch ja so grobe Presets erstellen, die universal sind. Heute habe ich es mit denen. Und es ist mal angenommen, ihr stellt euch einen Filter, der sehr warme Farben hat, dann stellt euch einen Filter, der sehr kalte Farben hat oder sehr kühle und so weiter. Und ihr habt jetzt fotografiert irgendjemanden, irgendwas, irgendwo, kommt nach Hause, steckt das ganze Zeug hier am Computer an und dann geht ihr erstmal auf den Fotos eure Filter durch. Und glaubt mir, sehr, sehr oft ist das der Fall, dass ihr euch dann denkt, wow, der Filter passt ja perfekt auf das Foto. Ihr wählt den aus, ihr müsst nichts mehr machen, weil ihr habt ihn ja schon irgendwann mal in der Vergangenheit erstellt. Und dann seid ihr im Endeffekt auch schon fertig. Eventuell, wie gesagt, ein bisschen Retusche, dies, das in Photoshop, aber die Vorarbeit ist erledigt. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen. Wir stellen jetzt hier einfach mal ein paar Sachen um, damit ihr dann später auch eine Veränderung seht. So, machen wir hier ein bisschen die Gradationskurve. Wir machen hier ein bisschen was. So, und so. Also wirklich nur ganz, ganz schnell einfach irgendwas. Wir schärfen ein bisschen nach. So, ihr könnt, wenn ihr die Filter erstellt, auch Einstellungen für die Objektivkorrekturen und sogar für Verlaufs- und Radialfilter mitnehmen. Empfehle ich aber nicht. Warum nicht? Weil bei den Filtern ist es halt so, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier diesen Punkt im Gesicht zum Beispiel, was sind wir denn hier? Gerne aufhellen, ja. So, es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle anderen Fotos auch genau an diesem Punkt aufgeheilt werden sollen. Deswegen mache ich das nicht. Also, das zeige ich euch gleich in den Einstellungen, wie ihr das deaktiviert. Ihr könnt das hier jetzt zwar machen, aber ich würde das dann bei den Einstellungen nicht aktiviert lassen. Genauso wenig wie bei den Objektivkorrekturen. Weil jetzt angenommen, ihr fotografiert mit einem, keine Ahnung, 50mm Objektiv von Sony. Dann stellt ihr das alles hier ein, entfährt die chromatischen Aberrationen. Das nächste Foto ist aber mit einem, was weiß ich, 30mm Sigma oder Tamron Objektiv fotografiert worden. Dann passt das hier alles schon wieder nicht mehr. Deswegen würde ich das auch nicht aktivieren. So, auf jeden Fall. Mal angenommen, wir sind jetzt fertig und ihr sagt, das gefällt euch so, dann geht ihr hier auf Vorgaben plus Vorgabe erstellen. Jetzt habt ihr hier folgendes Fenster. Da einmal das Ganze benennen. Ich nenne es jetzt einfach mal Quick Tip. Das ist jetzt euch überlassen, wie ihr das Ganze nennt. Und hier haben wir jetzt diese zwei Punkte. Einmal haben wir hier Verlaufsfilter und Radialfilter. Das könnt ihr aktivieren oder deaktivieren. Je nachdem, ob ihr wollt, dass das in eurem Preset mit übernommen wird. Wie gesagt, das müsst ihr wissen. Und hier haben wir die Objektivkorrekturen. Ich würde das Ganze auch ausschalten. Aber ist auch euch überlassen. Falls ihr nur ein Objektiv habt und immer mit dem gleichen fotografiert, könnt ihr das auch gerne anlassen. Dann ist es natürlich sinnvoll, wenn man das Ganze anlässt. Ich würde das jetzt aber in meinem Fall deaktivieren. So, wir gehen auf Erstellen. Und dann sehen wir, wir haben hier einen neuen Reiter bekommen unter Vorgaben. Und zwar Benutzervorgaben. Und da ist jetzt unser Filter drin. Quick Tip. Wenn ich das Foto jetzt zurücksetze und jetzt einfach nur, ich klicke gar nicht, ich fahre nur mit der Maus drüber. Dann seht ihr schon, das wird angewandt. Aber hier rechts bei den Einstellungen verändert sich nichts. Das ist nur eine Vorschau. Das ist aus dem Grund so gemacht, wenn ihr jetzt mehrere Presets erstellt habt. Oder vielleicht irgendwo gedownloadet habt von irgendjemandem oder wie auch immer. Dann habt ihr hier eine Liste. Und dann könnt ihr einfach mit der Maus rüberfahren und bekommt vom jeweiligen Filter eine Vorschau. Und wenn ihr dann sagt, okay, den möchte ich, dann klickt ihr den an. Und seht ihr hier, dann wird das alles auch so eingestellt. Dann ist das auch safe. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Foto. Ihr seht, hier ist alles auf Null. Alles ist auf Standard. Und wenn wir jetzt hier auch nur rüberfahren, seht ihr schon, wir haben wieder die Vorschau. So, anklicken. Und das Bild hat einen neuen Look bekommen. Und das sind die exakt gleichen Einstellungen, die wir hier auch vorgenommen haben. Wenn ihr das mal vergleicht, wenn wir hier runtergehen bei der Teiltonung, bei den Farben und beim Nachschärfen. Hier alles komplett gleich. Ihr könnt jetzt hier das Ganze auch nochmal anpassen, wenn ihr möchtet. Hier, also ihr seht, das ist alles nochmal flexibel bearbeitbar. Das ist einfach nur so ein Grundfilter im Prinzip, den ihr erstellen könnt. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Würde mich riesig freuen. Liked das Video, schreibt gerne was unter dieses Video, damit wir wissen, was wollt ihr noch lernen. Helfen euch diese Tipps und so weiter. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.